Okay, dann fangen wir PS2 an. Let's go. Irgendwie ist mein Decay auf PS2 eigentlich ziemlich clean, deswegen, weißt du, warum soll ich das nicht ausnutzen? Ich muss das echt so machen, wie Takeo das gesagt hat, dass ich alles auf einer spiele, mir Steuerung auf beiden anlege und so. Kriege ich einen Podchamp in den Chat, Leute, oder was geht ab? Nur mein Bro benutzen? Uuuuuff, fuck. Digga, ich schwör, der switcht gleich wieder Palu, wenn ich auf Cloud gehe. Einfach nur, um mich zu counterpicken. Let's go. Bleibt Decay tausendmal schlechterer Cloud irgendwie? Weiß nicht. Ich fühl den heute auch nicht so. Ich fühl heute mehr den Decay, Alter. Ja, Jungs, mein Cloud ist ein bisschen am schwächeln, weil ich hab übelst lange nicht mehr gegen meinen anderen Coach gespielt, meinen Cloud Coach, actually. Was mich sad macht. Crazy Decay hatte dich gestreastockt, oder was? Nee. Not true, actually. Hat der diesen Tech gesehen? Fuck, Alter. Fuck. No Tech, Alter. Ohoho, den Tech-Hero gemacht! Let's go, Alter, let's go. Duuush! Hm, hm, wieso sind deine Funde am... Digga, Alter, the fuck? Wo sind bitte meine Funde... Ah, ich find... Ich find... Ja, okay, mein Decay slappt heute ein bisschen mehr, Alter. Ja, Alter. Uff. Wenn man Bock auf einen Chart spielt, man den halt besser. Ja, ist irgendwie echt so. Ich fühl heute auch den Decay irgendwie ziemlich sick. Jungs, was sagt ihr? Soll ich den Decay picken oder den Cloud? Ich glaub, ich geh jetzt nochmal den Cloud, Alter, oder? Ja. Ich geh nochmal den Cloud, Jungs. Ich geh nochmal den Cloud. Wir wollen ja möglichst viele Spiele sehen, oder? Ich bin heute angemeldet, um meinen Cloud zu verbessern. Der Decay holt das nach Hause, weißt du? Was? 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 Fuck, Mann. Uff. Okay, Decay PS2, let's go, Alter. Ah, Junge, das... das Gummibärchen muss mir jetzt helfen und mein Decay, Mann. Äh, ich muss auch sagen, ich hab die letzten Tage mehr Decay gespielt als, äh, Cloud, Off-Stream. Uff. Ich wünsch, dass du mal wieder sowas machen wie ich, Alter. Mit, mit Abbie, mit Abbie zu Two-Frame, Alter. Ist nicht so schwer, wie man, wie man denkt, vielleicht. Ist eigentlich ziemlich, ziemlich braindead. Boah. Ha, Free. Free. Free für mich. Uff. Junge. War zu Spaß, Alter, Abbie, Abbie an der Lash zu spammen. Uff. Let's go. Junge, diese Pils fucken mich grad so ab, ne? So viel Prozente nur wegen Pille, aber let's go, braindead stuff. Uff. Okay, okay, okay. Warte mal, mein, mein Gegner steht fest, Leute. Kennt man noch irgendwie, der im Turnier ist? Äh, mich, oder? Uff, Alter, der spielt Robin? The fuck? What? Wieso killt der Scheiß? Muss sagen, mir ist das Matchup nicht bekannt, Leute. Was? Tue ich da? Uff. Noch nie gegen Robin gespielt? Äh, nicht mit, nicht mit Cloud, nein. Jungs. Was? Zum Glück hab ich mit, äh, mit Wii Fit und Cloud gleiche Steuerung. Das ist ziemlich, ziemlich nice, actually. Was? Okay. Why did I do this? Love this character, not. Oh Gott. Warum landet der auf der blöden Plattform, man? Uff, das ist 2 Frames? Äh. Hittet unter der ledge? So. Ist das gleich, dann wird der auch 2 Frames. Was? Get out of my face, Alter. For real, Alter? Der holt jetzt den, den, äh, Simon Richter raus? Der unge Mann, der will mich richtig abfacken. Der will mich richtig abfacken. Uff. Der unge, spielt der actually einfach fucking Simon, Mann. Der kriegt zu viel. Uff. Please, no. Fuck, Alter. Let's go. Was? Das killt. Junge Mann. What? Uff. Simon Broken on, on Wifi, oder was geht ab, Alter? Heftig. So, jetzt sind wir, jetzt sind wir, äh, wie heißt? Losers, Losers Final sind wir. Uff. Ne, Gegner steht noch nicht fest. Wir sind hier gerade am warten. Deh, 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 deh. Junge, zieht 9 und zieht 10 ein. Zieht 9 und zieht 10 einfach. Holger. oger. cereht 10!!!! Versioners... immung